Sie sind eine tolle Mutter. Ich weiß nicht. Mit Trevor komme ich klar. Aber mit Phoebe? Sie lässt mich einfach nicht an sich ran. Das ist normal. Sie ist eben anders. Eher der Typ Nerd. Vielleicht kann ein neues Zuhause ein Neustart sein. Ich wünschte, sie würde wenigstens mal Ärger machen. Das kommt früh genug. Was machst du hier eigentlich in Summerville? Wir sind komplett pleite. Und mein Großvater hat uns dieses unheimliche alte Farmhaus mitten in der Pampa vermacht. Ihr Vater war nicht so der Hausmann. Er konnte kaum das Haus am Laufen halten. Wollen Sie sagen, er hat uns nichts hinterlassen? Also, ich würde nicht nichts sagen. Du willst mit dem alten Kombi fahren? Ist der Einzige mit einem Motor drin. Was geht hier eigentlich vor? Die Stadt liegt nicht in einem Erdbebengebiet. Und trotzdem bebt hier täglich der Boden. Vielleicht ist das die Apokalypse. Egon kam aus einem bestimmten Grund hierher. Werden Sie durch merkwürdige Geräusche mitten in der Nacht beruhigt? Erleben Sie zuweilen Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie oder Ihre Familie jemals einen spukerten Phantom oder einen Gespenst gesehen? Oh mein Gott. Hört ihr das? Da kommt etwas. Die ganze Stadt ist wie The Walking Dead. Los, los, los! Los, los, los! Wir haben geschlossen.